Vielen Dank für's Zuschauen! Wir beginnen mit dem Video, auf dem Kanal von Allemannien auf YouTube und auf A1 Lektion 10 oder D 10 oder D Deutsch lernen Deutsch lernen Deutsch lernen Deutsch lernen Deutsch lernen Die deutsche Sprache Das ist meine Allemannien Die deutsche Sprache Die deutsche Sprache Die Grammatik Die Grammatik Rezman Przmer Die Grammatiken Die Grammatiken Die Vokabel Die Vokabel Die Vokabel Das ist eine Bege Die Vokabeln Die Vokabeln Plural Die Vokabeln Die Vokabeln Die Vokabeln Der Deutschkos Der Deutschkos Das ist eine Kursalmenni Der Deutschkos Die Vokabeln Die Vokabeln Die Vokabeln Kursalmenni Klassealmenni Ihr könnt mich für einen Kurs bitte anmelden. Ich möchte mich für einen Kurs anmelden. Ich möchte mich für einen Kurs anmelden. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Die Niveaustoffe. Die Niveaustoffe. Die Niveaustoffe. Die Niveaustoffe. Die Niveaustoffe. Die Niveaustoffe. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Es hini Almanidebim. Ich lerne Deutsch. Mein Almaniferdebim. Mein Feri Almanidebim. Der Lehre. Mä most da? Der Lehre. Pluralji. Die Lehre. Die Lehre. Die Lehre. Mä most da ei Piau. Mä most da ei Piau. Die Lehre. Die Lehre. Die Lehre. Mä te mä most da ei jinn. Die Lehre. Rinnin. Die Prüfung Die Prüfung Die Prüfungen Die Fremdsprache Die Fremdsprache Die Fremdsprachen Die Fremdsprachen Ich spreche Kurdisch 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 Wir sprechen Kurdisch Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr euch nicht mehr habt, dann schau dir die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.